hallo herzlich willkommen liebe freunde weiter geht's mit der space und ja die zeit läuft schon und wir müssen jetzt wieder wieder wo also weiß wo auch da ja jetzt mal ganz brenzlig was denn des wortes satt gebrannt überall beziehungsweise überall kam aus jeder ecke kam feuer und dann noch die necromorphs natürlich da mussten wir natürlich ich habe alle leitungen und wartungsrohre abgetrennt aber keine ahnung wie wir das dinge weg bekommen ich sehe nach packen sie ihre ausrüstung zusammen damit wir das ding zur reparaturbucht bringen also ein riesen Ding soll ich mit Kinesi bewegen oder was äh ist dieses kleine Ding ne das ist schon das Ding gemeint ey bro ist klar ach so auch 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 und jetzt so nun sich da rein oder was hallo lass mich hoch auch hier irgendwie hin ach so auch 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 r o o o das ja o o o o flug lösen ok leute ich habe den antrieb ist alles bereit naja nicht ganz die brutale im zirkus hin und her gestoßen wenn wir versuchen ohne kurs durch die atmosphäre zu navigieren und wenn wir die flugschreibe aus diesen verlassenen schiffen nutzen ja stimmt wir könnten eine der guten rekonstruieren diese genutzt hat die dritte machen so stark halten sie ausschau nach kleinen satelliten mit vier abstehenden solarmodulen satelliten mit solarmodulen alles klar nun nicht hin um Ich bräuchte ein bisschen Sauerstoff, irgendwie, und zwar sehr dringend. Hallo, hallo, soll ich da rein? Ich glaube, ich bin weg. Achso, da. Soll ich nichts machen? Achso, das ist mein Sauerstoff. Ah, okay. Klar, nicht voll genug. Was soll ich jetzt hier wirklich machen? Ich kann ja doch gar nicht machen. Oder wie? Oder wie du was? Guck mal mal kurz, was ist unser Ziel? Sieh dann. Backe hat Sorge, dass unser Flug noch turbulent ist, bestenfalls ruckelig wird, schlimmstenfalls tödlich. Wenn ich einige Navigationsdaten des GF-Flugschrauber finde, sollten wir eine sichere Route durch die Atmosphäre programmieren können. Bisher habe ich hier null gefunden. Aha. Was soll ich? Äh... Navigationsdaten. Ja. Ja, aber ich muss ja dahin, aber... Auf der anderen Seite oder was? Ganz ehrlich, ich habe gerade... Keine Ahnung, was da jetzt von mir war. Ich weiß nicht, auf welche Seite und wie ich da hinkomme und sonst was. Ich weiß nur, dass es noch ein Sauerstofftank ist. Der hier. Oh. Ja. Hallo? Geöffnet. Geöffnet! Wie geöffnet? Ich kann da gar nicht rein. Ach so, die Tasse was. Ja, das äh... ergibt jetzt kurz Sinn. SK1P, alles klar. Wir wollen... Wahrscheinlich hier hin. Das Geld Flugschrauber finden. Alles klar. Wow, wir verlegen wieder mit diesem Raumschiff-Kram. So, ich musste mir gerade mal mein Handy holen hier, damit das als Stoppuhr fungiert. Damit ich ja weiß, wie lange ich aufnehme. Moment. Habe ich ganz vergessen gehabt. So. Ähm, alles klar. Und raus. So. Aber den ist auch wieder voll. Unsere Energie. Und... Warte, heute wird schon mal gespeichert. Ja, wir laden nochmal auf hier. Zack, 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 zack. So, reicht. Nur eine Mache um und... Und da hinten. Alles klar. Ich will auch so fliegen können. Ich war aus dem Anzug. Das heißt ja, schweben, nicht fliegen. Oh, wieder diese scheiß exklusiven Dinge. Das ist das Ganze gar nicht... Nein! Die fach ist ein Scheiß. Was ist denn nicht? Okay, mal sehen was ich finden kann. Okay, woher ist denn? Der ist ein Scheiß. Alter, ich hasse diese scheiß Dinge. Und ich hab nicht mal eine midipack oder was? Ach da, da, das Ding hier, ne? So, und noch was? Das ist doch nichts mehr. Da ist doch einfach nichts mehr. Ach so, doch, doch. Ach so, Medi-Bag. Komm mal anwenden. Ey, ich finde da reicht nichts mehr. Wussten wir bitte noch was? Lass mich durch. Ich finde da nichts. Füß dich. Was bist du denn? Außer Sauerstoff. Wieso verfolgt sie dir scheiß Ding? Ich glaube, der will mir das einfach nicht sagen, damit ich selber ein bisschen suchen soll. Aber ich habe da oben doch den schon angesehen, oder nicht? War das jetzt? Jetzt habe ich das in den Augen verloren. Doch da. Und nein, und ich muss... Ey. Und die Klippen nehmen wir mit. Aufpassen, diese scheiß Ding, ja? Und vor allem, wir brauchen Sauerstoff. Und da ist auch so ein Satelliten-Ding. Da ist bestimmt wieder was. Aber ich habe schon. Also, sieے der jawohl Dank. Und daß das wineschlägt, ja? Weil es da ist nix, was du nochesWith. Halt die Energie auf! um nicht ich glaube ich habe ein dieser Flugschreiber gefunden in der Euro sollten noch mehr davon sein ok mal sehen was ich finden kann was war das? warum verarschen? was ist das? ey da ist ja ein Necromhof oh da fliegt noch nicht gegen drum ich denke schon das attackiert mich da wieder zur Zeit Moni-Clip irgendwie mit piss dich noch ein Moni-Clip schneller scheiß nerfing Teutle ist hier noch einer? ja ey ach so das ist nur ein Scheiß wo? jetzt habe ich die Kiste aus den Augen verloren kacke 8a 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 hab ich es verhindert Und noch eins. Ach, verpiss dich. So, alle Flugschreiber. Ja. Da ist vor die Kriterien. Da hinten ganz? Nee, hier. Hä? Wohin? Scheiß, Necromorph. Ja, was ist das? So, nur ein Deckel oder so. Scheiße, wir haben kein Dings mehr. Scheiße, 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 scheiße. Schaffen wir nicht mehr. Nee, und weg. Und tschüss. Oh mein Gott. Wo ist denn... Alter, am Ernst? Ich weiß nicht, wo ich hier lang muss. Ich weiß es einfach nicht. Und jetzt sehe ich auch kaum noch was. Weil der Mager gerade am verrecken ist. Und ich habe keine Midi-Packs mehr. Ach, meine Fresse. Ja, verreckt, du dreckiger Hund. Oh mein Gott. Ich muss jetzt nicht... Ich muss alle scheiß hässlichen Flugschreiber neu suchen. Oh mein Gott. Das ist ehrlich nervig, so was. Walker, ich glaube, ich habe einen dieser Flugschreiber gefunden. Gut. In der Roanoke sollten noch mehr davon sein. Okay. Mal sehen, was ich finden kann. Besser euch, jetzt verballert nicht meine Muni. Ja, fi... Ach, fi... Deine Tochter. Hier ist für dieses Minipack, so. Vielleicht hätte ich das spannend sein. Egal. So, hier den nächsten Flugschreiber. Und wo war der letzte noch? Wie... Nein, da war der gar nicht. Das ist wieder der erste. Da gehe ich mit Sicherheit nicht jetzt dumm hin. Er war doch hier in der Nähe. Da ist er doch. Und jetzt wieder zurück. Ja, und erst mal sich dann noch mal kommen. Also ganz easy, 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 easy. Oder so ähnlich. Da kann man schon mal drauf laufen, wa? Aber ich glaube, das bringt uns nicht ganz so viel. Obwohl, so schräg kann man bestimmt eh nicht. Hä? Ähm... Da haben wir es doch. Zack, können wir auch wieder auf den Boden. Und da haben wir es doch angeht. Ich bin... Da ist er wirklich nicht so viel. Ja, ich bin es... Da ist ein bisschen... Jetzt müssen wir eine Bank finden, aber ich guck mich noch mal um. Nee, die kann man nicht zutreten, danke. Da muss man die Augen offen halten, nach Sachen. Die kann man gar nicht zutreten, ist doch assi. Stellt doch eine grüne Kiste hin. Nee, da muss ich grad nicht hin. Obwohl, ich hab ja glaube ich noch wieder Teile gefunden, dass ich den wieder verbessern könnte. Ich kann mal meinen Suchroboter übrigens auch losschicken. Was, 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 Genese, Rick. Nee, da hab ich nicht genug Somat-Gel. Achso, ich hab das doch schon bis hier hin. Okay, kann ich also vergessen. Auch und das könnte ich noch machen, die Reichweite. Scheiß drauf. Wieso nicht? Obwohl das eigentlich Schwachsinn war, weil das brauch ich gar nicht unbedingt. Na egal. Moment, Moment, Moment. Achja, die Suchroboter schicken wir gleich los. So, mein Junge. Hier. Äh. Hä? Nein. So, such mal einen Junge. Kann ich ja viel früher machen können. Dann könnte ich auch besser upgraden und schneller. Mhm. 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 Ich muss da hoch. Da ist doch ne Bank. Flugschreiber. 3 von 3. Herstellen. Jo. Echt. Feuerrate. Aha. Aha. Ein Ding hat er hergestellt. Aber wir haben zu viel nicht. Wie viel haben wir? 69, 10. Ja. Also ich denke, da können wir nicht wirklich viel herstellen. Selbst wenn wir hier unsere Teile machen wollen. Wir können ja nicht herstellen. Also egal. Und weg. So, das war's. Wir sollten jetzt alle Teile haben, die wir brauchen. Das ist richtig. Und jetzt sollten wir Kurs auf den nächsten Raumfahrtweg setzen und scheißen. Nein, Robert. Wir fliegen zum Planeten. Ali. Ich weiß, dass alles so angefangen hat, aber das ist ne Nummer zu groß für uns. Wir können es nicht mit nem ganzen Planeten voller Monster aufnehmen. Wenn nicht wir, wer dann? Super. Er, ich, oder? Robert. Nur wir sind übrig, die das schaffen können und das weißt du. Ali, du musst zugeben, dass es Wahnsinn ist. Woher sollen wir wissen, dass es da unten wirklich eine Lösung gibt? Weil du es mir gesagt hast. Im Quartier des Admirals. Du sagst, abfalten. Und genau das werden wir machen. Verdammt richtig. Wir müssen es versuchen. Aber eine Moterei ist das letzte, was ich jetzt brauche. Wenn ich sage, wir gehen nicht, dann gehen wir nicht. Mann, Ali hat recht. Wir haben eine Chance und die werden wir nutzen. Sie können entweder mitkommen oder versuchen uns aufzuhalten. Aber vergessen Sie nicht. Tod sind wir hier schlimmer dran als lebendlich. Ali macht das Schappelstaub gleich. Ich bin unterwegs. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Ach, das ist ja. Oh, das ist ein gutes Shuttle eigentlich. Nein, nicht so schnell. Und ab geht das. Oh. Ja, ja. Okay. Nebenbei bemerkt. Das Navigationsmodul ist installiert. Moment. Ich bekomme keine. Ah, jetzt. Ich bekomme keine. Es geht jetzt. Sieht aus, als wäre sich unser Flugfenster holt. Komm an. Wo ist das? Ist da eine Seite? Ey. Hier rauf. Ich freue mich auf dich, Finn. Ich freue mich auf dich, Finn. Und warum wirklich? Und warum wirklich? Das wird doch funktionieren, oder? Unser Fenster kommt gleich. Entweder jetzt oder nie. Hey. Hat die Sauerstoffe einspritze? Warum sind sie nicht angerastet? Hab's versucht. Die Gewinde sind rostig. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn sich einer davon löst, werden wir in der Kabine verbrennen, bevor die Atmosphäre das ermöglicht. Du mir einen Gefallen. Such die Druckanzeige auf der Hauptkonsole und sag mir, wenn die Dichtung funktioniert. Alles klar. Ähm, ist klar, dass wir hier bestimmt mehr ausrichten können, äh, mit unserer Power und so weiter und so fort. Aber. Auch vor allem wegen dem Anzug. Nicht nur, weil er ein Mann ist. Aber ich meine auch, äh, ähm, ja, machen wir das mal auch mal eben hier. Ach so. Hm. Du musst sie nur drehen, wenn sie an Offenstelle ist. Ah. Und. Ich weiß gar nicht, was es so... Es gab so Kritik. Von wegen, dass es wie nicht so die Grafik nicht so gut sei, weil es auch nur eine Portierung ist und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, so schlecht finde ich die Grafik an. So, nun, ey, Digga, es klappt. Yeah, unsere ganze Kollegen. Endlich mal mit ein paar Leuten rum. Nicht immer alleine gegen die Captain Monster. Hallo, na? Siehste? Ich bin fertig. Ach, ich bin der Boss hier. Juhu. Na klar bin ich der Boss. Fortschritt wird gespeichert. Das nutze ich hier. Mal leben. Und. Ja. Ah, erstmal die Minen hier wegbauten. Auf Kurs bleiben und auf alle Schießen, was uns in die Quere kommt. Schub lösen. Ein Viertel vor. Ach, ich muss auch noch steuern. Scheiße. Ähm, tschüss. Die Minen haben unsere Wärmesignal zu erfassen. Sie kommen! Ach, ich muss auch noch schießen. Alter, Mann. Tschüss, tot. Ach so. Ach so. Da verdammt man schon. Alter, wie soll das denn? Das Ding ist ja wohl richtig kacke zu. Stimme, Mann. Ach so, ja, okay. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Man muss auch nur mit dem linken einfach. Zehn Sekunden bis zum Eintritt. Acht. Sieben. Bleiben Sie auf Kurs. Wenn wir im falschen Winkel reinkommen. Und jetzt wird's los. Das ist ja nicht richtig. Drei. Zwei. Eins. Juhu. 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 ja, scheint mir so ja, ich kann ja nichts machen ach so oh scheiße was alter Moment wo lang kann natürlich jetzt nicht so gut laufen, weil es wackelt natürlich alles und der Kapitän ist nicht da ja, ähm, das hält nicht so schnell ja, äh, 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 gestorben ja, äh, 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 äh ja, äh ja, äh, äh ja, äh, äh, äh ja, äh, äh, äh ja, äh, 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 äh äh, 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 äh Da sind sie angeschlagen, wenn man die Anzeige sieht, unser Shuttle und alles brennt hier weg. Und der Helm ist auch noch defekt. Das ist natürlich nicht, ehrlich gesagt, nicht voll förderlich, ne? Ich stelle hier in der Nähe von Wärmequellen bei der Kärpertapote zu hören. So, der Föhrtritt wird jetzt gespeichert. Wir nehmen noch ein Medipack und wenden das direkt an. Und wir suchen im nächsten Part, wenn wir Ellie suchen. Also, bis zum nächsten Mal, haut rein! Peace! Peace!